Kenny, K, A, N, F, R Während diesen Trigger Sounds und zwar folgendes Es werden Logos angezeigt und wir müssen erraten, was für ein Logo das ist, okay? Also beispielsweise, McDonalds hat ein M in gelb Und dann müssen wir natürlich McDonalds sagen Ich mache während diesen Trigger Sounds ein bisschen brushing, ein bisschen tapping, ein bisschen dies, das Oh, okay Oh, das weiß ich Das ist Bringatz Das ist Bringatz 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 Oh, das ist Das ist Cheeky Tapanatsky Cheeky Tapanat Das, das kenne ich Ah, das ist Spotify LOL Das wusste ich gar nicht Das ist, was jetzt kommt Oh, ganz bekannt Das ist ganz bekannt Das ist Burger King Das ist Burger King Burger King Burger King So, ne, der bin man klar Nescafé 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 Visa, nee, Master Visa, Master Mastercard Mastercard Mastercard, Mastercard Okay, das kennt man Das ist Play to the Boy Playboy Okay Okay Das ist Pepsi Pepsi, 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 Pepsi Ähm, das ist Tick-Tock Tick-Tock Nur weil ich seit neuestem Tick-Tock habe Weiß ich das Was ist das denn? Kerzen Schein Mit Maschen Drahtzaun Amnesty International Hey, hätte ich nicht gewusst Ah, äh, Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Sehr teuer Sehr schöne Klamotten Sehr, sehr teuer Und sehr viel Eigenmarke Also Eigenwerbung drauf Schade Wikipedia 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 Ben, vielen Dank dir für den Euro Oh, vielen, vielen Dank dir Moin Äh Noch nie gesehen Sieht aus wie Äh, ich weiß es nicht Patagonia Klamotten Ist das ne Klamotte? Ich weiß es nicht Johnny Walker Ja, sowas Nobles trinke ich nicht Äh, irgendwas Emirat-mäßiges Al Jazeera Hey, das empfange ich hier einfach gar nicht Das weiß ich nicht Ah, das ist natürlich jetzt ganz bekannt Tesla 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 Okay, das können wir auch Vor ganz langen Zeit Moin bei Hard M und so Nase Auf dem T-Shirt Und wie heißt das andere? Der Ramschlan Ah, und immer noch so einer Ähm Oh, du Nee Klamotte Klamotte Klamottenmarke Hörer Hab ich schon mal gesehen Under Armour Kenne ich mich nicht aus So gut Bier Warte mal, Becks ist es nicht Reinicke 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 Gut, dass die mal Sponsoren waren Auf einem Festival, wo ich war Sonnenstudio Keine Ahnung Walmart Haben wir hier nicht in Deutschland Das ist nicht in Deutschland Das ist nicht in Deutschland Vizion Ähm Polo Ralf Könnte schon sein Ja, Ralf Laurin Das lass ich gelten Benzin BB 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 Benzin Ganz, ganz, ganz groß Ganz, ganz groß Disney Dream Dreams Disney Dreams Dreamworks Dreamworks Hafen Hafen Spielende Frau Loll Gilles Okay, dafür dass ich schon so viel Gilles getrunken hab, soll ich das wissen? Ah BBC NBC NCB BNC NBC Nice Chevrolet Ne Oh man, ich bin ja so kacke Chevrolet doch Chevrolet 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 Äh, war das jetzt nicht so ein Guinness? Ryanair Oh, Panda Panda, Panda Red Bull Red Bull Panda, vielen Dank dir für den Raid Herzensgrüß Geh raus Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Stream gehabt Wir machen gerade Logo, Atem Und danach ganz viel Personal Attention Herzensgrüß Geh in den Eis Geh raus Äh, Mountain Irgendwas mit Mountain Power Mountain Ey, ich hab nicht BBC gesagt Ne, 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 ne Äh, KFC Es wundert mich, dass wir noch nicht ein McDonald's da hatten Vielen, vielen Dank Warte Ähm, Orangenes Gesicht Mountain Auto vielleicht Alibaba Alibaba, was Oh, das hat irgendwas Ähm, Batterie Nikon Das ist Ding Weil ich mich letztens nach Kameras rumgeschaut hab Was ist das? Arbeitsamt Kann nicht sein Arbeitsamt Holy shit Okay Okay Okay, Hilton Also Hab ich Ne, weiß ich nicht Kenn ich nicht Kenn ich nicht RTL 2 Oh ja, das kenn ich Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty War das am Ende irgendwie Was waren die am Ende? Traurig Oh, das hat irgendwas mit Fliegen zu tun Das sieht man schon Am Ende etwas laut Oh, den ganzen American Airlines Boah Aber ich hab Fliegen war richtig Okay, das kennen wir Denke ich hoffentlich Zum großen Teil Alle Firefox Ist es diese Schokolade? Ne, das hat eine andere Farbe, glaube ich Ah ja, okay Doppel ohne Doppel ohne Doppel ohne Okay, das kennt auch fast jeder Das ist schon crazy Ich sehe Starbucks Wie viele richtig Diese Firmen gemacht haben Wenn jeder das kennt Nur das Logo Wisst ihr? Ich bin von Poland Okay, I love you very small Claudia Solegi Und GJ Rolexo Talde Montevais Hat uns das beigebracht Claudia Irgendwie Irgendwas von Tom Tendo Oder so Target Kenne ich nicht Ähm 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 I don't know I don't know Taco Bell Kenne ich nicht Kenne ich nicht Das kenne ich Oh, das ist richtig gemein Levis Richtig gemein Ohne das drinnen Oh, holy shit Target ist auch amerikanisch Okay Hätte es irgendeinen getrinkt? Das habe ich schon mal in Italien gesehen Aber ich weiß nicht, wie es heißt Catorade I don't know I don't know Okay, das kenne ich Das kenne ich UPS 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 Einfach aus dem Auto raus geht Als hätte er einfach Keinen Stress Als hätte er keinen Stress Mit einem Paket Ich habe noch nie so einen entspannten Der passt einfach zu uns hier Noch nie so einen entspannten Tut gesehen Okay Okay, das ist Pizzadominos UPS Das ist auch neu bei uns Ja Das kenne ich Finde ich auch richtig schwer Ikea Weil da einiges fehlt Okay, das ist auch Lacoste Die haben auch einfach alles richtig gemacht Grünes Krokodil Du weißt Es ist Lacoste Nee, UNICEF Nee WWF UNICEF Irgendwie sowas in der Richtige Worldwide Found Keine Ahnung Ich weiß es fein Kann ich euch gleich erzählen Okay Dead easy Dead easy PlayStation 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 Okay Let's go Numero uno Ah, ist das Subway? Ist das Subway? Oh, ultra strong Das war ultra strong Das war ultra strong Ähm Hier, keine Ahnung Irgendwas amerikanisches FBI Hab ich gewusst Müsste ich ehrlich wissen Müsste ich wissen Müsste ich wissen Hä, ähm Facetime Weiß ich nicht Irgendwas IOS mäßiges Das ist Das ist Zoom Kenne ich nicht Benutze ich nicht Benutze ich nicht Oh, der ist schwerer Da bin ich nicht so gut drin Budweiser Budweiser Bier oder was Okay Netflix Ehre Netflix 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 Florexen Das kannst du nicht sagen Netflix Micheline Michelin Männchen So einen hab ich mal Gewonnen Ultragroßen So einen Ultragroßen Hab ich gewonnen Michelin Ähm Bacardi Irgendwas alkoholisches Ist nicht Bacardi oder no? Warum weiß man das Das ist nicht gut Jeder der das jetzt richtig hat Bitte Nee, das ist nicht gut Ihr zu viel Alkoholkonsum Ah, ähm Geographics Irgendwas Ist nicht das National Geographics Yes Ein falsches Nike Gefälschtes Nike British Airways Wer hat das richtig, bitte O 없습니다 O2 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 Hay Wodafone這 O2 Beides kacke. Alles kacke. Unicef. Oh nein. Word. Ne, jetzt bin ich raus. Microsoft. Windows Microsoft. Oh nein. Was ist das denn? Irgendwas mit Getränken. Oh nein, ich bin in Lost. Ah, Dunkin Donuts. Okay. Irgendwas mit Getränken. Das ist doch hier. Boah, das ist ja voll schwer. Hade der Witzen. Wollte ich gerade sagen, waren wir nicht 100% sicher. Dann droppe ich es irgendwie nicht, wenn ich es nicht zu 100% weiß. Pinguin Land. Pinguin Books. Noch nie gehört. Da bin ich. Hier bin ich leider raus. Da bin ich leider raus, Freunde. Das ist Corona. Ne. Das ist Corona-Bier. Noch nie getrunken. Noch gesehen. Skoda. Das weiß ich. Skoda. 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 Skoda kommt nach dem hier. Skoda. 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 Sk Nestle ist eine ganz schlimme Firma. Das ist Beats. Nestle ist eine ganz schlimme Firma, Leute. Wir können nichts ändern. Wir brauchen das Trinken von denen und alles. Eigentlich. Wir haben so viel Macht. Ganz schlimme Firma. Keine Ahnung. YouTube. Klippfisch. Oh, Shell. Shellski. Oh Mann, ich werde mein Leben lang. Wahrscheinlich, bitte, vergesst. Oh, du, was ich gesagt habe. Eindeutig Deutsch. Das ist eine gewissens schlimme Firma. Kann ich dann sagen. Oh, sieht aus wie ein Biermischgetränk. Biergetränk. Steller. Ah, ach, Toys. Mercedes. Benz. Farbstift. Keine Ahnung. Auto. Auto. Nesca. Oh, Strong. Noch nie gesehen. Nesca. Steht es da noch drin oder so? Alkohol. Das ist doch Alkohol, oder nicht? Martini. Martini. Wo ist die? Ist das hier in der Marke New York, New York, New York Yankees? Ja, New York Yankees. New York Yankees. Irgendwas Elektronisches. Irgendwas Elektronisches. Irgendwas Elektronisches. Irgendwas Elektronisches. Wo willst du denn das sehr wissen? Disney Plus. Okay, ich bin der Loste. Lambo. Das ist Lambo. Ich habe null gerafft. Disney Plus. Das müsste TikTok sein. Oder Instagram. Man weiß es nicht. Folgt mir jetzt auf Instagram. Das ist Banküberweisung. Twitter. Paypal. Paypal. Das ist Safe Call O2. Na ja, komm. Ich bedanke mich gleich bei euch. Vielen Dank. Moreno. Tschüss, Teppi. Vielen, vielen Dank. Schul Bleistift. Pick. Was? Pick. Niemals habe ich das gesagt. Pizzat. 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 Vielen Dank. Ne, elektronisch. Irgendwas. Blackberry. Wie schlecht ist denn dieses Logo von Blackberry gemacht? Hey, das hatten wir doch schon. Wie ist das jetzt? Unpoint. Ne, Points. Doints. Points. Wie ist das? Target. Target. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Rolling Stones. Das ist hoffentlich. Das ist hoffentlich. Ja, ganz. Hier. German Airlines. Lufthansa. FC Barzalonski. Barzalonski. Okay. Okay. Irgendwelche Kaffeebohnen, die ich wahrscheinlich nicht kenne, die aus irgendeinem Land kommen. Costa Kaffee. Noch nie was von gehört. Wahrscheinlich in Amerika. Tankstelle oder Marke. Tag Reuer. Kenne ich nicht. Da gucke ich leider den guten Mark Keeper oder wie heißt. Leider zu wenig. Krokodil Hunter. Keine Ahnung. Crocs. Das hat ein Logo, die Crocs. Ich dachte, das ist immer so Asia-Fake-Zeug. Huawei. Ist das Huawei? Oder Huawei? Champions League. Champions League. Champions League. Das ist auch irgendeine amerikanische Firma, glaube ich. Blockbuster, weiß ich auch nicht, was das ist, Essensfirma, das sieht mir aus wie wieder so eine Fluggesellschaft, keine Ahnung, irgendwas, Türkisch Airlines, die sind immer sehr ähnlich, die sind immer sehr ähnlich. Auto, ne, Alkohol, Alkohol, Swarovski, korrekt, korrekt, das ist Facebook-App, ja, alles das gleiche. Die Versicherung, das ist doch die Versicherung. Ian Gidiba, Ian Gidiba, Diba, Diba, Du, alles richtig gemacht. Klamottenmarke, würde ich jetzt sagen. Ah, nee, Sheraton, Hotelkette, Hotelkette. Ja, Fake Rolex, Asia Rolex. Rollmarkt, auch amerikanisch, kenn ich noch nie, ist noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, war jetzt schon schwieriger, muss ich euch sagen.